Ich glaube, das ist Schocks, ne? So, ich geh mal gucken, ob ich hier oben Ringo helfen kann, damit wir hier nicht für den Fehler machen, die Gegner nur anzufüdern. Wobei ich mal glaube, dass Kaka's besser weiß, wenn man mit Ringo umgeht, als ich das tue. So, ich versuche jetzt mal, ihn zu schützen. Es ist das Problem, ich soll als Supporter ja bis in die andere Richtung leveln, aber ich habe es keine Ahnung, in welche. Ach, komm, dieser Black Warrior da unten, der ist auch am Start. Mach mal da, okay. Achtung. Ey. So, ich bin erstmal gekillt worden. Äh, 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 wer ist viel zu leise? Also, Suu sagt, der ist viel zu leise, Anakai hier nicht, ich meine, quitsche. Ich krieg den Text immer nicht so richtig mit da unten im Chat. Das tut mir leid. Maximiere das Schild, okay. Mach ich. Das ist, ey, das mag ich ganz, mach ich ganz gerne, das Schild da hoch zu leveln. Da unten. So, ja, mach es mal. Äh, guck mal, hier, zwei Gegner am Start. Ach, komm, doch auf, ey. So, also einer ist rausgegangen wieder. Oder rausgeflogen aus dem Teamspeak. Komm ich nicht ran, wa? Doch, grad noch so. Ja, ja, dann muss Gartner aus und ich mich weglaufen. Krieg ich den noch, pass mal auf, krieg ich den noch? Wo ist er hin? Nein, ich bin zu langsam. So eine Scheiße. Gut, bleib doch mal da stehen. So, mach mal die Minions Platz. Gut, sind wir alle drei. Bin ich noch am Team S? Schox, ich glaube, du bist raus. Also zumindest ist es sehr ruhig. Uns brummt hier nichts mehr. Ja, Skiller, du bist das, ne? Der Smart LP ist da. Aber Schox ist raus. Glaube ich. Ja, jetzt renne ich wieder den Gegnern voll in die Arme. Ne, 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 ne. Diesmal machen wir das nicht. Immer beim Kämpfen das Schild verwenden. Das machen wir mal ein bisschen. Ein paar Punkte drauf. Okay, ich habe jetzt also schon eine Menge, eine ganze Menge Money. Aber wenn es ist gemacht, wenn ich jetzt Achtung. Was machen diese roten Bälle da? Ich weiß es gar nicht. Genau, ich gehe jetzt mal zurück. Ich werde mal hier oben mich aus der Läden kurz verpissen. Schaffe ich das noch? Jawohl. Und dann bauen wir mal was Item weiter ausbauen. Das heißt sozusagen mein Iron Guard Storm Guard Banner ausbauen. Das macht einen Schaden. Ja, machen wir das mal so. Und jetzt gehen wir nochmal in den Waffen. Da machen wir mal ein bisschen schneller die ganze Geschichte. Da haben wir immer noch ein bisschen Geld. Da nehmen wir auch nochmal ein paar Six Sins mit. Sixer Sinn. So, jetzt haben wir erstmal das Banner ausgebaut und gleich ein bisschen Waffenstärke geschafft. Ja, Emil, das ist nicht so. Ja. Da möchte ich gerne ein Tink-Netzwerk erschaffen. Und zwar funktioniert das dann so, als wenn du dich einwählst in dieses Tink-Netzwerk, denkt dein Smartphone, du wärst in einem lokalen WLAN-Netz. So, und alle, die in diesem Netzwerk sind, sind dann quasi vorgemacht im gleichen WLAN-Netz. Ja, und das ist aber, dazu muss man, wir hatten jetzt schon ein OpenVPN-Netzwerk aufgebaut. Und OpenVPN ist aber die falsche Herangehensweise, weil das kein Mesh-Netzwerk erzeugt. So, jetzt gibt es noch das Programm Neo-Router. Das macht das genau richtig, aber das kostet 99 Dollar, ich glaube, im Monat. Also das ist richtig, das ist für große Firmen eigentlich gedacht. Ja, also wenn eine große Firma geht das, ne? Wenn man jetzt die Sache richtig aufsieht, und man sagt, die Teilnehmer, die da mitmachen, die bezahlen monatlich fünf Euro dafür, dann wäre das noch eine Herangehensweise, ne? Da könnte man das so aufziehen, aber das, ach, guck mal, ich habe keine Chance gegen den, gegen diesen Pissk- ach, guck mal, jetzt sind sie zu dritt. Vielleicht bin ich noch weit genug, schnell genug weggerannt. Okay, Stormguard reicht, sobald du gut gefarmt hast. Du bist mit Kath besser als mit Ringo. Das, äh, danke für das Kompliment. Ne, ich habe noch keine Stiefel. Das ist jetzt, das wäre jetzt so das nächste. Ah, jetzt habe ich ein Leck. Ach, das kotzt mich so an. Ach, hör auf hier. Ich bin nur am weglaufen die ganze Zeit. Guck mal, die sind zu dritt hier. Die sind zu dritt, wir sind auch zu dritt. es vivo. Ich bin nur negativ. Ich bin es jemanden